Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Videoreihe. Es geht um Prüfungsaufgaben im Rahmen von kompetenzorientierten Prüfungen. Wir haben in den beiden vorigen Videos gesehen, warum es so wichtig ist, Lehre, Lernwege und Prüfung miteinander abzustimmen. Und wir haben einen Bauplan für Learning Outcomes kennengelernt, mit dessen Hilfe Sie Ihre Expertise formalisieren können. Wenn das Learning Outcome steht, ist es häufig kein Problem mehr, dazu passende Prüfungsaufgaben zu formulieren. In unserem Beispiel wäre das ganz einfach, so etwas wie erstellen Sie ein Sicherheitskonzept für diese Schule. Damit die Aufgabe auch wirklich auf Taxonomie Stufe 5 liegt, braucht es ein paar Prinzipien. Erstens ist es wichtig, dass die Studierenden nicht das ganze Semester nur anhand von Schulen geübt haben, denn dann wäre es schlimmstenfalls eine Prüfung auf Taxonomie Stufe 1. Wiedergeben. Es ist also von zentraler Bedeutung, dass die Studierenden vor der Prüfung nicht wissen, welches Gebäude sie bearbeiten werden. Deswegen ist das Learning Outcome so offen formuliert. Hier kommt das Wissen und das Pauken ins Spiel. Es gibt eine Menge Details zu lernen, wenn man sich für alle möglichen Gebäude prüfungsfit machen möchte. Zweitens ist es wichtig, dass die Womits im Laufe des Semesters auch wirklich alle besprochen und geübt wurden. Erinnern Sie sich, die Womits waren die Werkzeuge, die man braucht, wenn man im Sinne des Was handeln will. Um ein Sicherheitskonzept für ein Gebäude zu erstellen, braucht es Kenntnisse über die Architektur des jeweiligen Gebäudes, über rechtliche Bestimmungen zur Nutzung dieses Gebäudes und über zu erwartende Verhaltensweisen der Menschen, die sich in dem Gebäude aufhalten. Wenn nun jemand auf Lücke lernen will und sich denkt, die psychologischen Aspekte seien nicht so wichtig, dann fehlt nicht nur ein Teil, den man auch weglassen könnte, sondern die ganze Aufgabe ist nicht mehr sinnvoll lösbar. Denn Womits sind Werkzeuge, die miteinander abgewogen werden müssen. Es genügt nicht, kleine Häppchen unabhängig voneinander zu lernen, wie es auf den niedrigen Taxonomiestufen ausreichen würde. Sondern ab Taxonomiestufe 4 hängen die Womits miteinander zusammen. Wenn die Treppenhäuser, um in unserem Beispiel zu bleiben, sehr schmal sind, reagieren Menschen in einer Gefahrenlage möglicherweise ganz anders, weil sie sich nicht so frei bewegen können wie gewünscht. Also müsste in so einem Fall sehr viel mehr Gewicht auf die psychologischen Aspekte gelegt werden. Für eine gute Leistung auf Taxonomiestufe 5 müssen Studierende also sowohl auf eine große Wissensbasis zurückgreifen, als auch in der Lage sein, eigene, begründbare und theoriegeleitete Entscheidungen zu treffen. Jede Taxonomiestufe hat so ihre eigene Logik. Diese Tabelle stammt aus einem Artikel von Oliver Reis, der das System entwickelt hat, mit dem wir hier an der TH Köln arbeiten. Auf den Taxonomiestufen 1 und 2 erwerben Studierende strukturierte Kenntnisse. Und das können sie prüfen, indem sie Aufgaben wie die hier genannten stellen. Wenn sehr viel Stoff auf diese Art und Weise zu lernen ist, finden die Studierenden die Prüfung möglicherweise schwer. Schwer heißt aber in diesem Fall nicht, dass besonders expertisenaher Fähigkeiten gebildet werden, was für Novizinnen und Novizen herausfordernd wäre, weil sie wirklich ihr Handlungsrepertoire erweitern würden. Sondern schwer finden Studierende oftmals die schiere Menge, die es zu speichern gilt. Und das zu Recht. Gehirngerechtes Lernen ist niemals nur Abspeichern, sondern immer Abspeichern und etwas mit dem gespeicherten Tun. Etwas mit dem gespeicherten Tun ist mehr als nur Reproduktion. Wissen ist wichtig, aber immer nur im Dienst einer komplexeren Fähigkeit und nicht als Selbstzweck. Das wird möglich auf den Taxonomiestufen 3 und 4. Die methodisch gesteuerte Reorganisation befähigt dazu, Wissen zu benutzen. Auf Taxonomiestufe 3, Anwenden, bedeutet das zum Beispiel, dass Begriffe so verwendet werden, dass deutlich wird, dass man sie verstanden hat und ihren Mehrwert realistisch einschätzt. Oder dass Formeln eingesetzt werden, um Ergebnisse auszurechnen. Die Aufgabenstellung liefert also Hinweise auf das zu benutzende Werkzeug. Und auf Taxonomiestufe 4 entscheiden die Studierenden selbst, welche der Werkzeuge geeignet sind. Sie können also zusätzlich zum Einsatz der Werkzeuge auch noch kriteriengeleitet auswählen, welche passen und welche nicht. Ab Stufe 4 wird es akademisch. Der Freiheitsgrad der Bearbeitung steigt, die Bewertung läuft nicht mehr nach so einfachen Kriterien wie richtig und falsch, sondern nach komplexeren wie angemessen, unangemessen oder ähnliche. Auf Taxonomiestufe 5, Synthese, setzen Studierende etwas Neues zusammen. Auf dieser Stufe liegt ja unser Beispiel. Aus dem großen Pool an Wissen über Architektur, Recht und Psychologie wählen die Studierenden diejenigen Elemente aus, die sie benötigen, gewichten sie und erstellen daraus das Sicherheitskonzept. Und auf Stufe 6 bewerten sie solche Konzepte, was wiederum eine neue Ebene der Steuerung einführt. Übersetzt in Prüfungsaufgaben sieht das dann so aus. Hier sehen Sie die gesamte Tabelle noch einmal im Überblick und auch der Literaturhinweis ist nochmal eingeblendet. Generell gilt für Prüfungen an Hochschulen, dass sie das zentrale Scharnier zwischen Hochschule und Arbeitswelt darstellen. Daher ist es wichtig, dass sie aussagekräftig sind und eine wirkliche Einschätzung der Kompetenzen ermöglichen. Um das zu klären, arbeiten wir mit den Güte-Kriterien, die wir an Hochschulprüfungen angepasst haben. Die erste Frage, die sich stellt, ergibt sich aus dem Constructive Alignment. Gibt es ein Learning Outcome, das genau die Kompetenzen beschreibt, die geprüft werden sollen? Übersetzt in unsere Systematik heißt das? Beschreiben Sie mithilfe von Verben der äußeren Sichtbarkeit und der Was-womit-wozu-Struktur genau das, was die Studierenden können sollen? Und ist die Taxonomiestufe eindeutig? Oder aus Sicht der Prüfungsaufgaben formuliert, prüfen Sie auf der Taxonomiestufe, auf der Ihr Learning Outcome liegt? Messen Sie also das, was Sie messen wollen? Das ist ein wichtiger Punkt, den wir uns noch einmal genauer anschauen, wenn wir die vier Güte-Kriterien besprochen haben. Messen, was Sie messen wollen, ist das Güte-Kriterium der Validität. Die nächste wichtige Frage ist, ob Ihre Bewertung frei von Zufällen ist. Mit frei von Zufällen ist gemeint, dass es keine Bewertungsgründe geben darf, die mit fachlichen Leistungskriterien nichts zu tun haben. Häufig spielen zum Beispiel Bewertungsfehler eine Rolle. Darauf können wir hier nicht im Detail eingehen, daher möchte ich Ihnen einen Artikel aus dem neuen Handbuch Hochschullehrer empfehlen. Und ein Satz sei dazu gesagt, Bewertungsfehler lassen sich nicht zu 100% vermeiden, sie sind menschlich. Aber es ist wichtig, reflektiert mit ihnen umzugehen. Eine andere kriterienunabhängige Bewertungsstrategie basiert auf der Orientierung am Kohortendurchschnitt. Sie kennen sicher die Gauss-Kurve, nach der die Häufigkeit von Daten dargestellt wird. Sehr gute und sehr schlechte Ergebnisse kommen demnach weniger häufig vor als durchschnittliche Ergebnisse. Angenommen, es gibt nun in einer Klausur einen Notendurchschnitt von 3,5 und angenommen, das wird als zu schlecht empfunden. Dann ist es verlockend, einfach die Grenzen für die Noten zu verschieben und dadurch einen besseren Notendurchschnitt zu erhalten. Das Problem an diesem Vorgehen ist, dass dann die Noten keine objektive Aussagekraft mehr haben, sondern Leistung nur noch in Relation zu dieser einen Kohorte messen. Und wenn wir uns daran erinnern, was wir über die Bedeutung von Prüfungen für den Übergang von Hochschule zur Arbeitswelt gesagt haben, dann sind Noten ohne Aussagekraft nicht wirklich hilfreich. Objektivität in Prüfungen wird annähernd möglich durch Vermeiden von Bewertungsfehlern und Kohortenbezug. Und das heißt, sie brauchen Kriterien. Wie das geht, schauen wir uns im Video zu den Niveaustufenmodellen an. Wenn Ihre Prüfungsauswertung kriterienbasiert stattfindet, erfüllt Ihre Prüfung das nächste Gütekriterium. Sie erbringt reliable Ergebnisse, also bei gleicher Leistung kommt eine gleiche Note heraus. Egal, wie Ihre persönliche Einschätzung der Prüflinge ausfällt und egal, wie gut oder schlecht die anderen Studierenden abschließen. Das dritte Gütekriterium ist das der Fairness. Fair sind Prüfungen dann, wenn die Anforderungen und die Kriterien transparent sind. Transparenz entsteht allerdings nicht, wenn man zu Beginn des Semesters eine Liste austeilt. Das wäre für Expertinnen und Experten vielleicht hilfreich, für Novizinnen und Novizen aber sicher nicht. Studierende brauchen Klarheit über ihre Erwartungen und über die Abweichung jeder einzelnen Leistung von diesen Erwartungen. Feedback also. Und zwar das ganze Semester über. Wie Sie eine hilfreiche Feedbackstruktur gestalten, schauen wir uns im Video zu den Lernräumen an. Prüfungsaufgaben formulieren ist also eine komplexe Angelegenheit. Unser letzter Punkt gehört nicht zu den Gütekriterien, ist aber dafür umso wichtiger. Sie brauchen ein Prüfungssetting, das realistisch auswertbar ist. Mit 100 Studierenden machen Sie wohl keine 1 zu 1 Prüfungsgespräche. Das würde Ihre Ressourcen weit mehr beanspruchen, als sinnvoll ist. Das bedeutet, dass die Gruppengröße Einfluss auf Ihre Prüfungsform hat. Und das bedeutet sogar, dass Sie möglicherweise in großen Gruppen eine niedrigere Taxonomiestufe wählen sollten, als eigentlich aus fachlicher Sicht sinnvoll wäre. Wenn Sie also große Gruppen haben und eine hohe Taxonomiestufe prüfen möchten, brauchen Sie entweder Ressourcen, zum Beispiel in Form von Tutorinnen und Tutoren, technischen Lösungen oder anderen Ideen, oder Sie passen das Curriculum an und teilen Gruppen oder verschieben Themen in andere Semester. Nochmal im Überblick. Auf diese Fragen sollten Sie Antworten finden, wenn Sie Ihre Prüfung vorbereiten. Fassen wir das zum Schluss aus einer anderen Perspektive zusammen. Sie erinnern sich sicher noch an das Eisbergmodell aus dem Video zu den Learning Outcomes. Kompetenz an sich ist nicht sichtbar, sondern nur die Performance in einer konkreten Situation. Es gibt allerdings Situationen, die zum Rückschluss auf das Vorliegen einer Kompetenz berechtigen. Auf einer Tagung verdeutlichte ein Keynote-Speaker das mal mit folgendem Beispiel. Ein Pilot hat möglicherweise ähnlich viel Fachwissen über das Flugzeug wie ein Ingenieur. Trotzdem würden Sie sich wohl nicht ins Flugzeug setzen, wenn der Ingenieur es fliegt, auch wenn beide vorher ihr Fachwissen über das Flugzeug gleichermaßen überzeugend dargelegt hätten. Das Vorhandensein von Fachwissen erlaubt also keinen Schluss auf die Kompetenz, das Flugzeug sicher zu fliegen. Umgekehrt ist es eher möglich. Jemand, der ein Flugzeug fliegen kann, wird eine Menge Fachwissen über dessen Technik haben. Deswegen brauchen Sie für die Prüfung ein Setting, das zu genau dem Handeln auffordert, das Sie im Learning Outcome beschrieben haben, damit Sie die Performance beobachten können und der Rückschluss auf die zugrunde liegende Kompetenz erlaubt ist. Dieses Beispiel liefert uns auch die Begründung für die Frage, warum es sinnvoll ist, auf nur einer Taxonomiestufe zu prüfen. Dieses Thema haben wir eben bei den Gütekriterien auf später verschoben. Die Wiedergabe des Fachwissens über die Technik des Flugzeuges liegt auf den Taxonomiestufen 1 und 2, das Fliegen aber mindestens auf 3, eher auf 4. Der Vergleich hinkt etwas, weil das Fliegen so offensichtlich praktisch ist, aber wir könnten auch unser Beispiel mit dem Sicherheitskonzept herannehmen. Wer alle architektonischen, rechtlichen und psychologischen Fakten benennen kann, aber nicht weiß, wie man sie miteinander in Bezug setzt, ist nicht auf Taxonomiestufe 5 handlungsfähig. Das Ganze beruht auf einem Missverständnis. Prüfungsaufgaben auf niedrigen Taxonomiestufen sind nicht einfacher als diejenigen auf hohen Stufen. Wir haben das eben schon angesprochen. Sehr viele Informationen auswendig zu lernen auf Taxonomiestufe 1 ist sogar ausgesprochen schwierig für unser Gehirn. Eigentlich müsste man das also eher so auffassen. Die niedrigen Stufen sind wenig akademisch und Studierende, die Lernen mit auswendig lernen gleichsetzen, haben noch einen gewissen Weg bis zur akademischen Expertise vor sich. Dafür ist die Hochschullehrer ja da, die unbedingt um diesen Unterschied wissen muss und daher das Handwerkszeug benötigt, um den Novizinnen und Novizen das akademische Denken beizubringen. Wenn sie unterschiedlich schwierige Aufgaben stellen wollen, dann skalieren sie die Schwierigkeitsgrade innerhalb einer Taxonomiestufe. In unserem Beispiel wäre das etwa ein Sicherheitskonzept für ein kleines Gebäude mit nur einem Eingang und einem Stockwerk, das wesentlich einfacher zu formulieren ist als ein Sicherheitskonzept für ein Hochhaus mit 30 Etagen, Aufzügen, Tiefgarage, Pool und Dachterrasse. Im nächsten Video befassen wir uns mit der Frage, wie sie auf der Basis des Learning Outcomes und der Prüfungsaufgaben eine Semesterplanung erstellen. Bis dahin!